Hallo zusammen, hier ist wieder Heucheland und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir mit Patch 10.1.5 bekommen haben im Spiel. Und zwar ist der einmal unter Berufe und dann Schneiderei. Und hier haben wir das Achievement alle drei zusammen. Und dafür müssen wir folgendes machen. Profitiert gleichzeitig von den Schlachtzugsflaggen-Effekten, Phalanx-Verteidigung, Ansporn und Geister der Freiheit. Das sind drei Flaggen, die ein Schneider in BFA sich einmal schneidern kann. Man erkannte schon, die kosten nicht sonderlich viel. Wenn ihr keinen Schneider habt, könntet ihr die auch einfach im Auktionshaus kaufen. Seht ihr, die kosten unter 100 Gold jedes von den Dingern. Und die einzige Schwierigkeit daran ist, ihr müsst es in einer Gruppe machen. Ihr braucht nämlich da mehrere Leute für. Insgesamt solltet ihr Minimum zu dritt sein und diese drei Teile einmal haben. Und jetzt ist es so, dass wir diese Dinger nur in Schlachtfeldern einsetzen können, in Ungewerteten oder in Kultiras oder Zandala, also in den BFA-Gebieten. Und jetzt solltet ihr einfach hergehen, die Flaggen besorgen und ein paar Leute, die da mitmachen wollen. Ich habe hier aus dem Stream den einen oder anderen. Dann geben wir jetzt einmal hier dem hier eine Flagge und dann geben wir dem eine Flagge. Und ja, wichtig ist, die Flaggen setzen wir dann ein. Jetzt machen wir einen Ready-Check. Die müssen wir dann halbwegs gleichzeitig einsetzen, ob alle soweit ready sind. Und dann mache ich einfach einen Timer und dann setzen wir die Dinger ein. Also bei 1 hauen wir die Dinger rein. So, also Timer kommt. Und dann setzen wir das Ding an. Ich hoffe, TSM buggt nicht. Hatte ich vorhin schon meine Probleme. Ich hasse es. Setz die Flagge ein. TSM buggt. Ah, jemand anderer hat auch noch eine Flagge gehabt. Also vielleicht macht der TSM aus. Ihr habt gesehen, ich habe selber gar keine Flagge eingesetzt. Aber anscheinend hatte jemand noch eine Backup-Flagge dabei. Mein TSM hat schon wieder gesponnen. Die drei müsst ihr einsetzen. Und dann gibt es einmal das Achievement. Wunderbar. Mehr ist es tatsächlich nicht. Hauptgegner TSM ist natürlich wie immer am Start. Und ja, damit sind wir zu Ende mit dem kleinen Achievement-Guide. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Und ich bedanke mich an die Leute aus dem Stream, die mitgemacht haben. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.